Nein, den kann ich niemandem empfehlen. Entschuldigung, das kann man sehen. Jetzt musst du ein bisschen zuhören. Ich bin gut ausgeruht und bereit, beim Vermieter etwas Blei zu verstreuen. Al-Malik war ein Al-Katala-Sympathisant, der in Ur-Sigstan-Land besaß, als in der Treube und Vertrieb. Jetzt hat er sich ein Netzwerk hier in Wersen. Wir versuchen die Kommunikation der Lagerhäuser abzuhören, aber sie halten uns mit einer Verschlüsselung draußen. Die können wir nicht rechtzeitig brechen. Da steht ja sogar, dass du screamst. Al-Maliks Spitzenleute haben sich im Norden niedergelassen. Wir können jetzt hier entweder gleich vom Dach springen oder am Fahrstuhl runter. Wozu du Bock hast. Abseilen oder wann? Oder springen? Ähm, ja, springen, ne? Ja, dann musst du aus der Tür raus. Schärfschützenaktivität in Deckung! Oder wir lassen einfach mal unsere Teammates das alles machen. Moment, hier konnte man eigentlich mal raus. Irgendwo konnte man mal raus, ich weiß aber nicht mehr wo. Na hier. Jetzt schon die erste Waffenkiste. Also grundsätzlich, du hast jetzt unten ja das X angezeigt, ne? Habe ich schon genutzt. Achso, ja, hättest du gar nicht gebraucht. Jetzt muss ich mal kurz, wir müssen in die andere Richtung. Hier müssen wir hin. Gucken wir mal, wie weit die schon sind. Gut, wir sind ein bisschen zurückgefallen jetzt. Aber wir nicht sofort aus der Tür raus sind. Also grundsätzlich geht es jetzt einfach nur darauf, Bots erstmal töten. Und halt dahinten, wo die Markierung ist, den Leutner töten. Wenn die mal aufhören würden zu sabbeln. Alter, seid ihr weit. Ja, du musst sprinten. Ich muss nachladen. Scheiße, verdammt! Ich muss nachladen. Ich muss nachladen. Ich muss nachladen. Geh. Ich muss nachladen. also eigentlich eine ganz simple geschichte bis jetzt ist auch die erste spieler zahlen ist ja nichts weltbewegendes hier muss immer nur so ein bisschen an auge behalten weil die bots können auch einfach hinter einem spawnen oder vor einem so Oh mein Gott. Arm 4, das war allemal ich. Immer noch ein aufgeblasener Arschschmiss. Störer, so verbirgt er seine Lagerhäuser. Arm 4, gehen Sie zum Stadion. Finden Sie diese Störer und schalten Sie sie an. Jetzt wird es halt, jetzt wird es lustig. Sagen wir mal so. Weil jetzt ist das so, ähm, jetzt muss ich, oh, das ist gesammelt. Jetzt müssen wir, ja, ich kann nicht sammeln, wenn die sammeln, geht nicht. Also, das sind jetzt so eine Störimpulssender oder so eine Sendergedöns und das müssen wir hacken, indem wir da in der Nähe stehen bleiben. Sammelt ja auch noch eine einzige, die Kiste. Wenn du alles vorne hast, würf irgendwas weg. Mobile Deckung. Ja, das ist meistens, die kriegt man meistens. Und hier ist es auch so, je mehr Leute beim Störer sitzen, desto schneller geht's. Feindlegend, Batterie rückt zu ihrer Position, oder? Schaffe eine Granate! Was ist das, was macht ihr? Hüff! Wir verlieren das Signal! Auf, es war Ihnen getroffen! Achtung, wir verlieren das Signal! Finden Sie noch einen Störer! Hüff! 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 ach so ihr liegt oder was sagt man tun wir sehen dass los ist danke nicht gesehen ehrlich zuwider weil er einfach nicht mitlaufen kann auch die verdammt jetzt kommen sie von oben alle scheiße ich habe keine munition ja sicher unsere munitionskisten ja Das Signal reicht ab, haben wir zum nächsten Ziel. Sie schießt auf mich. Oh fuck, ich bin verletzt. Ja, was für. Ich versuche noch zu dir zu kommen. Ach, du liegst außerhalb. Oh, verdammt. Auf die Beine, wir müssen los. Dankeschön. Hier über den Zaub, oder erst mal ein Stück zurück. Und dann Richtung Stöße, dann relativ zügig, komm. Jetzt kommen gleich Panzer, nämlich. Ich glaube, ich finde es ein bisschen aarig. Hm. Ja, aber jetzt wird es los. Hier ist übrigens eine Munitionskiste. Da kommt feindliche Panzer auf Sie zu. Jetzt. Komm hier zu uns rüber. Ich gehe ins Flugzeug. Hm? Feindliche Batterie rütt zu ihrer Position. Störer starten neu, finden Sie den nächsten. Der Flugzeug ist leer. 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 Der Flugzeug ist leer.